Endlich! Chloe Kardashian bestätigt ihre Schwangerschaft. Wochenlang wurde eh heftig spekuliert. Ist Chloe Kardashian wirklich schwanger? Jetzt ist es endlich offiziell. Der Kardashian-Spros und Freund Tristan Thompson werden zum ersten Mal Eltern. Chloe Kardashian, mein größter Traumwirt war. In einem schwarz-weißen Instagram-Post macht Chloe ihr größtes Glück öffentlich. Darauf zeigt sie nicht nur ihren Barbie-Bauch, sondern kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Mein größter Traumwirt war. Wir bekommen ein Baby. Komma Tristan, danke dass du mich auf deine Art liebst. Danke, dass du mich wie eine Queen behandelst. Punkt Komma Tristan, am meisten danke ich dir dafür, dass du mich zur Mami machst, schreibt sie überglücklich. Dass Chloe Kardashian so lange geschwiegen hat, begründet sie so, wir wollten es so lange wie möglich mit unserer Familie und unseren Freunden genießen. Auch Kylie Jenner soll schwanger sein. Chloe Kardashian ist nicht die einzige im Barbie-Fieber. Kim Kardashian wird ebenfalls Mama, allerdings hat sie dafür eine Leihmutter engagiert. Und auch die Jüngste im Clan, Kylie Jenner, soll schwanger sein. Man darf gespannt sein, wann auch sie die Barbie-Bombe platzen lässt. Willi. 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 Willi.